Willkommen ihr Windelträger da draußen! Ich habe neue Windeln gekauft, die ich in den nächsten Tagen und Wochen ausprobieren möchte. In diesem Video werfen wir zusammen einen ersten Blick auf den Inhalt des Pakets und damit auch eine Vorschau auf das, was ihr in den nächsten Praxistests-Videos auf meinem Kanal sehen werdet. Das Paket kam übrigens original so wie ihr es seht an, ich habe nur den Aufkleber mit meiner Adresse entfernt. Solange niemand den Karton öffnet, weiß also keiner, was sich darin befindet. Es handelt sich um lauter Abidell-Windeln, so viel kann ich schon mal sagen. Allerdings sind unterschiedliche Windeln dabei. Links unten oder gleich rechts das erste Paket ist von Abu. Daneben haben wir Tückables mit einer bunten Einhornwindel. Die Kedo-Windel hat Eulen als Motiv aufgedruckt und fällt ansonsten durch ihre Punkte auf, was in der Form eher selten vorkommt. Und sie hebt sich durch ihre Kleber ab, es gibt nur zwei Stück statt vier, also einen Kleber pro Seite. Relativ wenig Windeln versuchen das, deswegen möchte ich testen, wie gut das bei Abu funktioniert. Ein paar andere mit nur zwei Klebern hatte ich bereits im Praxistest, die waren eher mittelmäßig, könnt ihr in den Videos nachschauen. Ich bin gespannt, ob die Kedo das besser macht. Dahinter bzw. daneben haben wir seit längerem wieder eine von Tückables. Sie richtet sich an alle, die Einhörner und bunte Regenbogen auf den Windeln mögen. Sie ist wieder verfügbar, ich hatte dazu eine Folge Windelnews gemacht. Unter dieser Packung ist die Little Rascals, die sehr gut im Praxistest abgeschnitten hat, deswegen habe ich sie mir wieder gekauft zum Verwenden im Alltag. Sie ist die einzige, zu der es deswegen kein neues Video geben wird. Die anderen sind komplett neu. Dazu gehört auch daneben die Teenie-Miles, die ich euch erst in der letzten Windelnews-Folge vorgestellt habe. Da sie bereits verfügbar ist, habe ich sie gleich bestellt, sie sehen interessant aus, schöne, bunte Motive und vom ersten Eindruck her scheint es eine dicke Windel zu sein, die bestimmt einiges aushalten dürfte. An der linken Seite ist die Dragoons von LNGU, einem eher kleineren Windelhersteller aus Frankreich. Bisher hatte ich von diesem Hersteller nur die Candy Fluff im Test. Das kleine Sortiment wächst gerade, es wird spannend zu sehen, ob sie ähnlich gut wie die Candy Fluff sein wird, oder vielleicht sogar besser und beispielsweise noch dicker. Wir werden es bald sehen, ich freue mich alle Windeln zu testen. Damit du die bald kommenden Praxis des Videos dieser und vieler weiterer Windeln nicht verpasst, vergesse nicht, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Nun interessiert mich deine Meinung, welche von diesen Windeln findest du am interessantesten? Schreibe es in die Kommentare oder in meine Chatgruppe auf WhatsApp und Discord, die Links sind in der Beschreibung. Bis zum nächsten Video, bleibt trocken und lauft nicht aus!